Herzlich willkommen beim täglichen Video-Strategie-Tiker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Donnerstag, dem 11.05. um 11.15 Uhr. Heute nimmt sich der DAX wieder mal eine kleine Auszeit. Ich hatte das angekündigt, dass solche Korrekturen immer mal wieder kommen. Das ist nicht besorgniserregend. Das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen schon noch öfter der Fall sein. Nichts ist weniger. Bleiben wir insgesamt optimistisch für die gesamte Marktlage, wenngleich die Dynamik an den Märkten etwas nachlassen wird. Aber die Tendenz ist weiterhin aufwärts gerichtet. Heute kamen noch eine ganze Reihe von Zahlen RWE. Im Kontext der Zahlen von E.ON gestern keine besondere Überraschung. Der Gewinn ist um 7,5% zurückgegangen, der Umsatz um 7% und wir sind ja für die Versorger schon seit einiger Zeit eher negativ, eher auf der Verkaufsseite und das hat sich in den letzten Wochen ja auch als nicht so ganz falsch erwiesen. Nach wie vor ist hier kein Grund für Neuengagements, denn RWE und E.ON die haben ja selbst gesagt, dass bis zum Jahr 2012 bzw. 2013 mit keiner deutlichen Verbesserung der Lage gerechnet werden kann und deswegen bleiben die Versorger zunächst einmal Underperformer. Allianz heute auch mal ganz kurz gemeldet mit einem Netto-Gewinnrückgang um 45%. Das lag natürlich an den schwersten Naturkatastrophen der letzten zwei Jahre und auch am negativen Finanzergebnis. Die Prognose bleibt für das laufende Jahr. 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro will man nach wie vor verdienen. Schauen wir auch auf Salzgitter. Ein positiv heute herausstechendes Unternehmen. Die Prognosen wurden angehoben. 150 Millionen sollen nun verdient werden. Bisher war man davon ausgegangen, dass man das Ergebnis von 2010 von 48,9 Millionen verdoppeln werde. Wir sind grundsätzlich sogar noch ein bisschen optimistischer, da die Stahlbranche im Moment sehr gut läuft. Wir hatten das in dieser Woche ja schon beim Thema Klöckner angesprochen. Im ersten Quartal ist der Umsatz um 20% gestiegen bei Salzgitter und lag mit 2,31 Milliarden Euro über den Erwartungen. Nach wie vor sehen wir eine hohe Nachfrage und der Vorsteuergewinn hat sich ebenfalls sehr, sehr gut entwickelt. Trotzdem Salzgitter heute mal ein bisschen unter dem Motto Sell on Good News. Aber für uns sind das eher Einstiegskurse. Stahlbranche ist im Moment im Fokus vieler Anleger. Gerade in der Schwerindustrie sahen wir ja auch in den USA ganz hervorragende Zahlen. Kommen wir zu einer defensiven Branche wieder zurück zur Gesundheitsbranche. Celesio hat heute vermeldet, dass der Gewinn im ersten Quartal von 75,8 auf 53,3 Millionen Euro zurückgegangen ist. Das lag natürlich vornehmlich an den Bemühungen im britischen Gesundheitssystem Kosten zu sparen und deswegen mussten Erstattungen geleistet werden. Trotzdem das Ergebnis immer noch über den Erwartungen. Für unsere Begriffe sind Pharma-Händler im Moment nicht gefragt. Wie gesagt, defensive Branchen machen wir im Moment nicht. Versorgergesundheit. Und deswegen ergibt sich auch aus der heute vermeldeten Übernahme von Newcomade, also der Schweizer Newcomade durch die japanische Takeda kein besonderer neuer Ansatz für weitere Spekulationen in dieser Branche. Kurz noch, MLP hat seinen Gewinn verdoppelt. Von 2 auf 4,6 Millionen Umsatz plus 8 Prozent. Aber auch hier Finanzsektor sind wir ebenfalls noch außen vor. Die spannendsten Chancen ergeben sich derzeit für unsere Begriffe im Rohstoffmarkt. Beim Silber hat sich die Talfahrt wieder fortgesetzt. In der ersten Maiwoche hatten wir ja eine scharfe Korrektur gesehen von rund 47 Dollar auf unter 34 Dollar. Dann gab es eine Erholung auf 39,5 Dollar. Eine Korrektur in dieser Bewegung. Und jetzt sind wir schon wieder unter 34 Dollar gefallen. Wir gehen davon aus, dass sich diese Bewegung auch noch unter die 30 Dollar fortsetzen wird. Das heißt, hier gibt sich eine gute Chance. Commodities und Short-Spekulationen auf solche Rohstoffe sind auch ein deutlicher Schwerpunkt im neuen Frankfurter Börsenbrief. Wie Sie das im Einzelnen dann darstellen können, das können Sie heute Nachmittag schon auf unserer Internetzeit nachlesen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Dispositionen. Alles Gute, Ihr Bernhard Klitzing. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020